Hallo und herzlich Willkommen bei den Challenger XD Tagged, unserem Langzeitprojekt. Dem, der wahre Lippe, dem Pille 011, dem Nico und mir, dem Snowball. Dem geht's noch ganz gut. Ich hab zwei Geschenke, die kann ich nicht auslösen, muss ich den platzieren? Ich hab auch. Ich werd jetzt explodieren dann. So, bam. Ich hab stolen present, kannst du aber auch nicht machen. Vielleicht, weil's inventarvoll ist. Nope. Nein, ich kann sie auch nicht auslösen. Ich würd sagen, wir lagern die erstmal. Wenn ich auf dich klicke, dann haut er so. Uh, du hast ein Geschenk, achso. Ja, gut. Stolen present. Wir brauchen eine zweite Kiste. Ich mach mal ein paar. Obwohl, ich hab noch ein Inventar. Chill mal mit Kästen. Nico, Nico, bist du da? Ja. Wir sollten, glaube ich, erstmal kurz schlafen. Ich geh ins ganz rechte. Ich will, ich will... Oh man, no. Ich will... Ups, mein Bett ist runtergefallen. Weil klar, dass du einen draufsetzt und sich doch weiter rechts hinsetzt. Mach hin, sonst kommen die Zombies. Immer diese rechten Bazillen hier. Oh, der hat mich gehauen. Hallo, äh, haben wir eigentlich, äh... Nee, Essen haben wir nicht. Ich hab hier groß Rindfleisch, wenn du nicht weggerannt wirst. Hat werden einmal? Ich darf es nur einmal machen. Ja. Tobi, gehst du noch mal ein Stück nach? Nach? Äh, was? Willst du jetzt eine Farm machen? Kannst du mir mal bitte drei rote Rubine wiedergeben? Ja, einen Moment. Flo, wir müssen aber kurz über die Logistik reden hier, ja? Ja, das wollte ich euch ja kurz demonstrieren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Flo, dafür brauchen wir keinen Eimer. Hier ist doch genug Wasser. Oh. Ähm. So eine Pfeife, ey. Nee, nicht direkt ans Haus, wollte ich's haben. Nee, nee, das soll jetzt auch nur ein Planbeispiel sein. Achso. Planning by doing. Okay. Richtig, richtig. So, ne? Oh mein Gott, so will ich mich. Ja. Und dann halt hier an die Seiten dieser Schilder, wo draufsteht, äh, wo man das so ein Eitem reinklatschen kann. Ja, für den Anfang ist das, finde ich, vollkommen in Ordnung. Wieso? Das kann auch fürs Ende, also, ist doch ausreichend, weil dann kannst du von hinten einfach die... Ja, das wird dann aber mit den Pipes schwer. Wieso von hinten? Pipes? Hä? Was wollt ihr denn eigentlich schon? Das war jetzt ein Zukunftsplan und hebt jetzt bitte mal wer die Rubine auf. Ich hoffe, ich möchte wieder... Ich danke. Ähm, hat wer Seeds? Einer von euch sollte sich um Essen kümmern. Ja, ich wollte es ja eigentlich machen. Ich such grad nur Seeds. Ich hab da ein oder zwei da oben reingelegt, uch. Oh, Nico, Mann, was hast du denn da schon wieder angestellt? Hast du da schon wieder... Ah. Mann, 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 Mann. Ich hab meine Death Points mal angemacht, würde ich euch auch raten. Stimmt. Erstmal muss ich... Du meinst, das macht mir einen Marker dahin, wo ich gestorben bin? Richtig. Okay. So, dann... Ups, falsch. Hallo? Hallo? So. Woher hast du eigentlich schon das Bronze-Schwert gehabt? Das war in der Dingens-Stand. Genauso wie das Gold. Ah. Alter, hier unten ist schon wieder so voll. Ich bin froh, dass ich eine Rüstung anhabe. Wie sieht denn das eigentlich aus? Hast du da unten eigentlich Licht oder hier staperst du immer noch im Dunkeln rum? Ich stapere immer noch im Dunkeln rum. Time to farm. Hättest du Bescheid gesagt, hätte ich dir Fackeln gegeben. Hm, du kannst dir immer noch das Loch runterwerfen. In welches? Da... Äh... Einfach so runterwerfen, oder... Hm, ja, warte. Ja, komm, spring hoch, ja. Einfach so komplett hier runterwerfen? Ja. Einfach so komplett hier runterwerfen? Einfach so hier so runter. Das war nicht schön. Das war nicht, wie ich gerade im Inventar hatte. Äh... Ja, machen wir eine überirdische... Ja, machen wir, ne? Äh, eine, die schnell was zu essen heranbringt? Ja, ich brauche nur ein paar Seats. Ich bin schon auf dem Weg mit Mops-Geschwindigkeit, weil es nicht laufen kann. Ja, Nico, hilf ihm einfach mal dabei. Ja, komm, hier noch ein vierter Creeper. Ich glaub's wohl. Ja, stopp, Leute. Was sind wir denn hier? Oh, bist du gleich. Ich hab meinen bayerischen Akzent nicht mitgenommen. Soll zu scheiße sein, was ich gerade sag. Ja, da ist der fünfte. Ja, mei, das ist scheiße. Ne, warte, äh. Ach, und da hinten lauert schon der sechste Mann hier. Ist ja voll das Creeper-Labyrinth. Das heißt, er ist so älschmann. So älschmör. Da kommt der siebte, Mann. Was soll das denn? Das ist doch alles. Voll die Diktatur hier. Das ist voll die Diktatur. Ich werde um die achte... Creeper-Diktatur. Ja, ich wusste es, Mann. Das ist eine Gräber-Diktatur. Ich geh ein Stück weiter und rechts von mir... Wir sind Penis. Das ist ein Erdpenis. Wer hat den Erdpenis hierhin gemacht? Penis. 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 Wir müssen wissen, wie man nochmal ein Buch craftet. Leder und Papier. Ja, aber... Papier. Geh auf minecraft.net. Äh, Leder und Papier. Einfach drei Papier von oben nach unten und... Leder. Leder. Geh auf minecraft.net. Nein, minecraft Vicky. Richtig. Cool. Oder lad dir so wie ich eine App runter, wo du alles direkt abrufen kannst. Was hab ich denn hier? Lead-Ohr. Was ist denn Lead-Ohr? Es ist ein Lied und das ist ein... Am Ohr. Warte, 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 äh, 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 wechselt der jetzt, äh, wenn ich, äh, wo draufgehe? Warte, und? Uh. Ach ja, herrlich. Ich seh schon, wir werden das heute noch öfters mal hören. Das hat mir echt gefehlt. Haben wir noch keine Fehler? Ach ja. Oh nein. Ach, komm. Im selben Gang der achte Creeper. Oh man. Ich muss mir die ganze Zeit irgendwelche Flachwitze vergreifen. Vergreifen. Vergreifen muss ich mir die. Vergreifen. Wieso musst du sie dir vergreifen? Bevor er sich sie vergrieft, ist das besser, als er... Na ja, wenn ich, wenn ich sie mir nicht verkneife und sie sage, dann, dann muss ich halt immer so machen. Aber irgendwann nervt doch dieses... Das... Das... Was soll ich machen? Ey, ich bin hier doch mit Mops-Geschwindigkeit unterwegs, siehst du das nicht? Keine Ahnung, wo du bist, aber du bist nicht bei uns. Ja, da... What the fuck? Ja, ich seh dich. Gut. Dann geht es... Warte, warte. Bleib stehen. Ich sag euch nur eins, ja? Hier geht keiner mehr ohne komplette Rüstung runter. Okay. Ich darf ihn nicht malen. Hast du mir verboten. Big Boss hat gesprochen. Nein. Ja, das war jetzt das Ding der Creeper. Musst du so, äh, so ein Warnschild aufhängen. Beware of Creeper. Creeper not allowed. Wäre doch viel praktischer. Ja, Skelette und Mops. Mops-Schwindigkeit. Warte, wenn wir die Wand hier hinzuziehen... Ja, komm, wie viele Skelette wollen denn hier noch sein, Mann? Weißt du, die Creeper hast du erledigt und dann kommen hier die ganzen Skelette an. So, dann machen wir... Guck mal, dass wir jetzt hier... Machen wir das so. Soll ich dir irgendwie bei dem Ausheben helfen, wie du breit willst und das machen? So weit, wie das Haus ist? Lass mich kurz mal nachdenken. Ja. Also das schon mal, ja. Dann, äh... Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Meinst du, wir sind mal Hardcore-Ticket spielen? Soll das schön aussehen oder effektiv sein? Effektiv. Wieso willst du denn hier eine Farm machen? Wieso nicht? Schön am Haus. Oh. Aber wir haben ja noch nie Tagget gespielt. Deshalb sag ich einfach mal Ja dazu. Ja. Meinst du, das wird platzmäßig nicht reicheln? Ja. Na, ne. Egal. Ich wäre da jetzt gar nicht drauf gekommen. Ne, du hast das schon. Eins, zwei, drei, vier, ja. Äh, was brauchst du denn für Bilderrahmen? Für Bilderrahmen? Ja. Wir brauchen ja noch nicht mal mehr Schilder für die Nicht-Leser machen. Wir können ja einfach Bilderrahmen daneben hängen. Richtig. Das meint ihr doch, da wo man die Items reinklatscht. Darf ich diesen Kaktus hier entfernen? Ja. Was ist die Mehrzahl von Kaktus? Kaktee. Kakteten. Ne, Kaktusse. Warte, in irgendeinem Film war das. Warte. Ah. Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das war in irgendeinem Film. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Bitte. 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 Helft wahre Lippe, sein Selbstwertgefühl wiederzufinden. Nein, den Titel des Films, damit ich mir nochmal angucken kann und an der Stelle lachen kann. Aha, 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 aha. Er war nicht so lustig. Achso, warte, ach, ganz vergessen. Ich sollte mir xx so einen, so einen, so einen Hot Button so. Bäm. Sollte ich, sollte ich mir vielleicht wirklich mal anrichten. Nico, kommst du mal bitte zu mir? Du spät. Ich bin weg. Du spät, du spät. Nico, sofort hierher. Kommst du hierher? Hallo, ich hol uns gerade Kaugubi. Ich dachte, was soll essen. Und ich hab den Nico gefunden. Nicolite. Das ist eine Beleidigung von meinen Kunden. Das ist eine Beleidigung. Deine Kunden. Welche Kunden? Nein, das ist für meine Konfu. Konfu. So Kollegah und so. Nein, egal. Kollegah. Ups. Was ist das hier eigentlich für ein Pipi-Stein? Also der Pipi-Stein. Ohr, was ist denn Ferus? Ich seh schon, wir werden eine Menge Spaß hierbei haben. Ja, das sag ich auch immer, wenn ich dich seh. Wenn ich mir eine Holzachs Baum abbaue, ist der ganze Baum weg. Oh mein Gott. Ja Nico, die Super-Axt lässt du bitte liegen. Nein, ich hab sie ganz normal aus Holz getraftet. Ja, die lässt du bitte liegen. Äh, Flo, hier steht was im Weg. Aber wir sollten jetzt erstmal schlafen. Das steht nicht. Da haben wir etwa, etwa, etwa Dingens drauf. Ich hab den Server einfach so gedownloadet. Da ist sau viel drauf. Falls dir aufgefallen ist, Hi, wir sind nur Default-User. Try, help to list comments. Nein. Bitte nicht 500 Seiten. Na, wie viele sind's? 19. Nur 19. Wahrscheinlich sind da die 19 verschiedenen, nee, 19 mal irgendwas, verschiedene Sachen aufgelistet, wo du da... Mir scheint so, hier dieses Position 1, Position 2, Video, Replace, etc. Achso, stimmt, ich wollte ja was pflanzen. Hast du Fackeln? Nein, hast du nicht. Nee, hab ich nicht. Tut mir leid. Und jetzt Folge, geh mal an. Bats! Ja, ich bin grad Boot gefahren. Damit ich schneller zurückkomme. Oh nee, Creeper. Ah, er schmeißt mit Ressourcen um sich. Ich hab' gerade mit einer Axt unglaublich. Ja, Nico, das ist nicht lustig. Ich hab' gesagt, nach einem sollst du aufhören. Und ich wette, du hast ja bestimmt 60, 70 Bäume gekrallt. Creeper, könnten wir wieder nach oben kommen. War weg, ja. Haben wir hier ne Mitte? Tobi, Hilfe! Oh ja, ich spiel' grad'n auf halbem Bildschirm. Oh, ja, geil. Super. Das hast du ja echt gut geregelt. Danke, Tobi, für deine Hilfe. Da ich jetzt auch draufgehe. Ja. We're slain by the same spider. Ihr seid wirklich alle an derselben Spider-Fahrheit? Hallo, ich komme nicht mehr raus. Ja. Schneeball, left again. Voll, Tobi! Aua! Oh, fuck. Oh, fuck. Es ist schon echt spät. Das heißt, du musst mit nem Part aufhören. Nein. Was? There is a new update for Tech It Light. Would you like to update? Nein. Nein, naa. Du machst ja nichts kaputt. Du reißt nicht schön zusammen. Woah, stimmt. Gleichzeitig. Soll ich die.. Soll ich die Zweihands-Sicherheits-Schaltung für euch beiden bauen? Wieso das? Was? Wozu? Na, damit ihr da beide rauskommt. Oh mein Gott. Was Leute doch für'n Scheiß posten. Du bist sehr interessiert in diesem Let's Play, kann das sein? Es tut mir leid, ich joine gerade. Da ist mein Minecraft halt auf... Oh, ich bin gestorben. Nico, du bist auch gestorben. Respawn. Warum kann ich nicht respawn? Ich weiß es nicht. Vielleicht war es doch auf Hardcore. Nee. Ah, jetzt spawnen ich. Es hat ein bisschen gedauert. Gib ihnen Zeit. Unser Online-Server hat ja leider irgendwie noch nicht die Server-Daten. Ist ja auch erst seit... ...gestern? Nee, momentan oder so. Seit heute draußen? Ja, zwar nicht seit dem vierten Part, aber seit... ...seit dem Tag, wo wir spielen. Gut, dass ich nochmal gespawnt bin. Das hat halt so viel geklickt. Jetzt rastet der vollkommen aus. Du musst dem Game erstmal verklickern, dass du weiterspielen willst. Achso, okay. Aha. Weißt du, was mich total wundert? Was denn? Ich dachte, ich habe die Höhle voll ausgeräumt. Geh zurück. Ich finde immer mehr. Tja, das liegt, glaube ich, an der schlechten Beleuchtung. Das kann sein. Flo, auf dieser Plattform eben bitte kein... genau das. Hatte ich vor. Also, war so geplant. Hatten wir nicht... Hier, das geht so nicht. Hier kann nicht der Hochweg sein. Hey. Nein, das ist doch nur der... Das ist nur der provisorische Hochweg gewesen. Hochweg. Die provisorische Treppe... ...gewesen. Okay. So, da ist ein Enderman und eine Spinne. Spider. Ich erinnere nur an eine komische Spider-Attack. Spider-Attack. Wie du. Jungle. FACEBALL. Ah, es ist so still. Wieso still? Es ist dunkel draus. Ja, ihr habt nichts gesagt. Deswegen. Ja, ich bin echt müde. Nein, mach's in der Mitte, Flo. Mach's in der... Oh, Zombie. Oh, oh, Zombie. Nein, du verstehst das nicht. Ich wollte das jetzt, also wir machen das auf beiden Seiten nur bis, äh, bis Hälfte halt. Und dann rechts und links einen Runtergang. Ey, Ata, ihr macht das nur bis Hälfte. Verstehst? Was ich das meine? Und dann machen wir halt hier so ein Dingenswimmen. Da ist dein Leben gelaggt. Zombie von Zombie von dem! Nico, du musst... Was das? Was das? Was das? Nico, du musst mal dein Buch wieder zuklappen auf dein Bett. Das lese ich dann gleich weiter. Ach. Ich will gar nicht... Als wenn du mal lesen würdest. Wieso liegt dein Buch? Ich wollte gerade sagen, wieso liegt dein Buch? Weiß ich doch nicht. Ich hab nur gesehen, dass er Buch liest. Seit wann kann man die auf dem Boden legen? Nico, seit wann kannst du lesen? Nico, seit wann kannst du lesen? Da sind Bilder drin, das sind gerade. Alter, hast du nicht mehr zu gar nicht? Meine Linse. Gib's zu, das ist eine Playboy. Nein, ich schlaf schon. Ich hab das nicht gehört. Oh, ich hab mein Buch zu. Kann ich ja leider nicht gucken. Wie wär's, wenn ihr auch ins Bettchen geht? Ich. Oh, ich bin so müde. Ich bin auch schon im Bett. Ich auch schon lange. Das waren nicht meine Füße, die da geknackt haben. Nein. Nein, das war nur dein Fußgewinn. Aua, 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 aua